Da sind Normale zwischen. Nein. J-Rolli. Nein. Okay. Versuchen wir schnell noch einen Setzwind zu kriegen. Hab einen. Nicht, dass das jetzt die letzten Normalen... ...sind die ich jetzt hier abholze. Und ich dann da stehe, weil ich dann nur noch die Schwarz-Eiche habe. Das hätte was Grausames irgendwie. Ach, guck mal hier. Zuckerrohr. Das ist schön. So. Okay. Okay. Ich hab jetzt hier noch irgendwo mal eine Schippe. Ach, natürlich nicht. Aber ich werd jetzt für die Scheiße keine Schippe bauen. Ich regel das eben so. Wie kommt das, dass ich hier... So, ja. Ich hatte keine Zeit, da einen Boden reinzubauen. Deswegen. Den ganzen Quatsch fülle ich jetzt noch mit dem dunklen Holz auf. So, und jetzt... ...habe ich einen voll funktionierenden Boden. Ein einzelnes Schlafzimmer, in dem ich schon geschlafen habe. So, jetzt... ...muss ich nur noch für mich rausfinden, wie genau ich das hier alles weiterbauen möchte. Also überhaupt, was am Ende dabei rumkommen soll. Also, ich hab beschlossen, dass ich das so gut finde. Na, na. Gut. Dann will ich hier eine Kante haben, damit ich auch Möglichkeiten habe, Fackeln aufzuhängen. Ich weiß gerade nicht, ob mir das so... Ich lass das erstmal so. Hier kommt auch eine Kante hin, genauso wie hier. Ich klippe jetzt. Holz fehlplatziert. So, und damit haben wir jetzt erstmal einen Rahmen, mit dem man was anfangen kann, denke ich. Auch wenn ich noch nicht so genau weiß, ob ich wirklich so viel Glas haben will. Das werde ich aber noch rausfinden. Hopp. Hopp. So. Okay, wie viel? 41, okay. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall schon wieder einen provisorischen Deckenbehelf bauen.